Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge DIRT READY, das Update V07 ist draußen, also wir spielen jetzt in der Version 0.7 und was wurde hinzugefügt, was vorher ausgegraut war? Richtig, PvP Events, also Player vs. Player und das ist mal eine richtig geile Sache, es gibt jetzt funktionierenden Multiplayer im Spiel. So und wir können direkt mal individuelle Online-Meisterschaften, genau das war es glaube ich, ne? Und dann können wir ja einfach mal schnell das Spiel beitreten und dann kommen wir nämlich auch schon zu einer Neuerung, denn DS Automobile, DS3 ist im Spiel ein Citroën, DS3, wie man sieht, 600 PS, 1500 Kilogramm, den werden wir gleich auch nehmen. Wer war denn noch neu? Genau, der Countryman Rallye Cross und der Subaru WRX STI, die neueste Variante natürlich und nicht der, der schon im Spiel ist, der 10er oder was, ne? Naja, auf jeden Fall sind das die drei neuen Fahrzeuge, es gibt sowieso noch neue Änderungen, im Ladebildschirm zum Beispiel werden Tipps angezeigt, ja, wie gesagt, der PvP Multiplayer-Modus ist jetzt mit dabei. Viele, viele, viele gute Verbesserungen, was ich sehr schön finde, boah, der hat aber ganz schön wenig PS hier, wa? 480, 1100 Kilo, zwar nur, aber trotzdem ist 480 PS ein bisschen schwach auf der Brust. Ich würde sagen, da entscheiden wir uns direkt für den DS3. Oh Moment, jetzt haben wir gar keine 350.000 auf dem Konto, weil wir die Karriere noch gar nicht so weit gezockt haben, was machen wir denn jetzt? Guck mal, ganz unten, Laie 1500 Credits pro Event und genau das machen wir. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Knopf, den ich treffe. Da, ja, jetzt haben wir ihn geliehen für 1500 Credits, eine richtig geile Sache. Ich habe mich erst erschrocken und habe gedacht, ja geil, ich will doch jetzt Multiplayer zocken, was ist denn hier los? Ich fahre übrigens heute nur mal ein Testrennen im Multiplayer und bin hoffentlich gemutet, sonst labere ich die Anländer, sonst labere ich alle jetzt voll. Wieso ist das Lied denn im Rennen? Bereit sein, abbrechen, was ist denn hier los? Fahrzeugwechsel, auf Renninformationen umstellen. Vielleicht wäre es klug. Ja komm, verlassen wir mal eben die Lobby und stellen uns mal ganz eben schnell vielleicht das Online-Gebrabbel aus, dass wir die anderen nicht voll labern. Audi, hier wird es wohl nicht sein. Hier wird es wohl nicht sein. Wo ist denn das? Gibt es wahrscheinlich gar nicht, was? H.U.D.? Kann ich nicht ausstellen, dass ich da immer am Dauerquasseln bin? Codemasters, da müsst ihr aber nochmal dran. Ja okay, gehen wir nochmal in die Karriere und da in die PvP-Events und da in die schnelle Beitreten-Geschichte. Ich hoffe, das hat mich jetzt keine 1500 gekostet. Ne, hat es nicht. Sehr gut. Können wir das also jetzt nochmal machen. Ja, morgen gibt es übrigens eine Aufnahme, beziehungsweise ist die Aufnahme am Donnerstagabend mit dem Lukas von Let's Play Noob 05 oder auch bekannt als LPR 05. Oder bekannt als Noob. Okay, der ist jetzt von mir, aber trotzdem könnten wir vielleicht mal einführen. Naja, der ist auf jeden Fall mit dabei. Und auch der Dominik von Kai's Spielekiste, der glaube ich jetzt einen eigenen Kanal hat. Wir sehen uns vielleicht schon länger, aber ich sag immer, dass es der Dominik von Kai's Spielekiste ist, weil man den da rauskennt. Ich zumindest, ja. Entschuldigung, Dominik an dieser Stelle. Aber der wird mit bei der Aufnahmesession dabei sein. Davon wird es die erste Folge am Wochenende geben. Ich hoffe mal, ich kriege es Freitag rausgehauen. Es ist gerade echt ein bisschen zeitlich eingeschränkt bei mir, das Ganze. Deswegen ist auch das Project Cars Community rennt nicht draußen, bla bla bla. Aber das hat hier eigentlich gar nichts zu suchen. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, werden wir zu dritt schön mal den Multiplayer unsicher machen. Ich will jetzt aber trotzdem mal gucken, was das Ding so kann. Ja? Laden kann es gut. Klappt super. Klappt 1a. Ich bin hier komplett blind auch drin. Also ich habe hier noch nichts vorher nachgeguckt, außer dass die Fahrzeuge, dass die leihbar sind. Und nein, ich möchte gerne einer beitreten. Aber schnell. Äh, äh, so. Ja, wir suchen nochmal Spieler. Also es macht offensichtlich mehr Sinn, einem Spiel beizutreten, wo man dann auch die Leute kennt. Beziehungsweise einfach eine eigene Meisterschaft zu erstellen. Ich kann hier aber nichts machen. Jetzt fahren die ein Rennen und ich muss hier warten, oder was? Das ist ja ein bisschen blöd. Naja, es macht auf jeden Fall offensichtlich mehr... Scheiße. Seht ihr das? Immer wenn ich rede, springt auch das Spiel an und nimmt meine Stimme mit auf. Ja, hallo Leute. Ich hoffe, ich labere euch nicht zu. Egal, ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist sinnvoller, mit seinen eigenen Kumpels eine eigene Meisterschaft zu starten. Und das stelle ich jetzt einfach mal, weil man hier recht schnell, äh, recht schwer irgendwo reinkommt, so wie es aussieht. Ähm. Ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir hier warten? Die sind doch im Rennen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist einer rausgegangen. Warum? Ich verstehe das nicht. Sag's mir, Tommy Kyle. Tom Kyle und... Ja, ich glaube, ich werde das mal rausschneiden hier, wa? Aha! Status Strich. Tom Kyle hat einen türkisen Strich. Das heißt, er hat gerade Geld gemacht, oder was? Hat er gerade gewonnen? Egal. Es geht hier vielleicht eventuell. Bereit melden. Jawohl, dann sind wir bereit. Erstmal, hallo Leute. Bitte muted mich. Entschuldigung, dass ich euch endlich voll quatschen muss. Es tut mir leid. Oh, da machst du ja nichts gegen. Kommt, Tom Kyle, sei bereit. Da kommt sogar noch einer. Der Dajan 87. Ähm. Ja, man hat hier leider keine Maus. Sonst würde ich sagen, könnte man vielleicht auf den Lautsprecher hovern und da irgendwas muten oder so. Aber Zaper 11, weißt du das vielleicht? Oder Kungl, oder? Weißt du das vielleicht? Nee, auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem DS3 zurechtkommen. Ich habe es schon auf der Facebook-Seite von P1TV gelesen, dass der sehr, sehr untersteuernd ausgelistet ist. Und dann habe ich mir gedacht, komm, den willst du doch direkt mal ausprobieren. Egal. Also trotz Differenzialeinstellung. Guck mal, jetzt wird sie richtig voll. Vielleicht soll ich die Klappe halten, damit die nicht alle wieder gehen. Soll ich dann anfangen zu reden, wenn das Rennen startet. Hallo Leute. Jetzt dauert es hier aber auch lang genug, ohne dass was passiert. Wurde ich jetzt rausgeschmissen? Nein, es lädt. Sehr gut. Schau dir die Dirt-Chronic auf Dirtgame.com an. Aha. In die abgefahrenen Liga müssen wir auch mal wieder reingucken. Guck mal, wir sind übrigens auf Hell-Norwegen. Eine neue Strecke. Habe ich gerade gar nicht erzählt, ich Idiot. Volle Strecke, wunderbar, neu und sieht von der Minimap her aus wie mein Penis. Auf jeden Fall. Ist auch leicht gekrümmt. Fällt nach oben so ein bisschen Abflaschen. Ja, komm, egal. Wir haben ein Teilnehmer-Event 1. Achso, das sind die Vorrunden. Ja, natürlich. Ich habe es schon lange nicht mehr gezockt. Entschuldigt bitte. Sind die Vorrunden Fahrzeug-Setup. Nehmen wir vielleicht. Hinterachsdifferenzial wird auf jeden Fall mal fett gesperrt, damit wir auch schön quer kommen. Da habe ich natürlich Bock drauf. Ihr kennt mich, ja. Und dann können wir eigentlich auch schon teilnehmen hier. Und dann geht es hier los. Handbremse gezogen. Oh, wartet mal. Hoffentlich habe ich alles richtig eingestellt. Scheiße, ist die Kupplung normal? Was heißt die Kupplung? Kann ich richtig... Ich glaube, ich muss per Hand schalten. Nein, muss ich nicht. Sehr gut. Das ist super gut. Oh, hier gibt es sogar Regen. Wie geil ist das denn? Ich bin die Strecke noch nie gefahren. Deswegen schuldigt an die Gegner. Hier gibt es ja sogar Regen. Das ist ja der Wahnsinn. Und wo zur Hölle ist die... Ach, scheiße. Wir sind schon die Dings gefahren, ne? Die Joker-Runde. Laut grünem Symbol, ja. Und der Typ ganz vorne ist auch woanders hergekommen. Die fahren hier beide im Fiesta. Und das ist recht geil. Schön quer. Oh, was eine fette Strecke hier aber auch. Das sieht richtig gut aus. Und das noch bei Regen. Ich würde mir ja wünschen, dass man die Rallycross-Fahrzeuge auf den anderen Strecken fahren könnte, ja? Auf den ganz normalen Rallyestages. Und auch umgekehrt, dass man die normalen Fahrzeuge... Obwohl die sind, hat vielleicht ein bisschen lahm. Allerdings könnte man da schön mal so eine Asphalt-Drift-Runde im M30 machen. Fuck. Da hat er die Joker-Runde gemacht und wir kommen nicht hinterher. Wo ist denn die Minimap hin? Gab es hier nicht mal eine Minimap? Man kriegt jetzt übrigens seine Bestzeit angezeigt. Permanent. Oder ich glaube eine Runde lang oder permanent. Ich weiß es gerade nicht. Ey, wir werden hier sowas von verlieren. Das tut mir leid. Schlechte Fahrleistung. Aber wie gesagt, erstes Mal auf der Strecke. Ich bin froh, dass ich keinen von den Gegnern abgeräumt habe. Und bin auch froh, dass wir nicht... Alter, was ist denn hier los? Habt ihr das gesehen? Wir bleiben einfach stehen, obwohl der Motor hochgeht. Also die Drehzahl hochgeht. Was ist denn da los? Ja. Beide da und her. Was ist denn da los? Definitiv Differential-Geschichten, die da nicht richtig passen. Das ist natürlich auch der einzige Grund, warum wir hier so schlecht sind. Scheiße, ich will doch jetzt nicht in der ersten Runde rausfliegen hier. Was soll das? Was soll das? Womit habe ich das? Ich muss ein bisschen mal in meine schlechte Fahrleistung hier. Bisschen überschminken. Aber guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ah, habt ihr das gesehen? Wir sind mit einem Rad in die Luft. Ja doch, einseitig sind wir in die Luft abgehoben. Was ist das schon wieder für Quatsch, die ich da erzähle? Ne, aber das eine... Ich glaube jetzt das rechte Rad war in der Luft. Und dadurch, wenn das Differential auch falsch eingestellt ist, obwohl ja eigentlich unsere Hinterachse fast komplett gesperrt ist. Dann müsst ihr doch eigentlich an der anderen Seite trotzdem noch genug Schmackes... Guckt euch das mal an. Das ist komplett auf in der Diff. Zumindest fühlt es sich so an. Oh mein Gott, wie langsam sind wir denn? Erst die vierte Runde von sechs. Doch. Guckt doch mal auf den Zettel hier. Alter, was ist das? Ist aber echt komisch zu fahren. Okay, im Regen bin ich auch noch keinen Rallycross gefahren. Da sind die Fahrzeuge vielleicht ein bisschen spitzer. Ach, guck dich das mal an hier. Der geht ja gar nicht. Ich drifte auch zu viel, ich weiß. Ich nutze extrem gerade die Handbremse, um überhaupt um die Kurve zu kommen. Da müsste man sich richtig mal so ein Setup raus tüfteln wahrscheinlich für den DS3. Das sind natürlich auch Gründe, warum ich nicht so schnell bin, aber... Trotzdem. Das Differential macht mir irgendwie Sorgen. Wie sieht denn aus überhaupt? Hauptsache, man sitzt wirklich im Auto, ganz unten drinnen. Man hat den Sitz vergessen. Boah, aber es gibt Pedal-Animationen. Gibt es die schon immer? Cool. Sieht doch schon böse aus in der Monster-Lackierung. Ah, und diese Kurve nehme ich einfach mal komplett scheiße. Ist das ärgerlich? Ist das eklig? Jetzt werden wir gleich noch überrundet, oder was? Wir haben noch 44 Sekunden Zeit. Um ins Ziel zu kommen. Und das ist genau meine Bestzeit. Naja, okay, 41 Sekunden. Das könnten wir also vielleicht noch schaffen hier. Damit es keine extreme Scheiße war. Ich warte die ganze Zeit auf einen SHUT THE FUCK UP! von meinen Mitspielern. Oh Mann, oh Mann, da ist das Ding. Aber sowas von letzter geworden. Sowas von letzter geworden. Hier fängt der Spaß an, sagt mir die Errungenschaft. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir sind Zweiter geworden? Wir sind Zweiter geworden? Das ist doch gerade jetzt Zweiter, oder? Und trotzdem ist der YG Draschil jetzt vor uns, oder was? Und das Event ist vorbei, oder wie? Das Event ist vorbei. Ich glaub's nicht. Deswegen sind auch die anderen Leute immer aus der Lobby gegangen. Ach nee. Ach nee, aha! Aha! Äh, Lidden Hill, England, Vollstrecke 2 von 3. Das heißt, es geht jetzt mit der nächsten Runde weiter. Wechseln wir also innerhalb der Vorläufe schon die Location? Ich dachte, es gibt dann jetzt ein komplettes Rennen inklusive allen Läufen auf der jeweiligen Strecke. Das macht ja keinen Sinn, jetzt mal eben von Norwegen nach England zu düsen. Nur um da eine Runde zu fahren. Können wir überhaupt teilnehmen? Ja, können wir. Scheiße. Jetzt wollte ich mir eigentlich noch das Differenzial noch mal ein bisschen anders einstellen, aber okay. Kommen wir mit zurecht. Ähm. Five Fan, Cyclone B haben keine Punkte. Wir sind der Einzige im DS3 wieder mal. Leihweise leider auch nur. Den dürfen wir nicht so kaputt fahren, sonst meckert der ursprüngliche Besitzer. Ja, es ist übrigens keine Wheelcam mit dabei, weil die heute wieder ihren Geist aufgegeben hat. die hat keinen Bock zu funktionieren. Ich stecke die ein, aber es passiert nichts. Ja, und dann kann ich das Logitech-Programm starten, es passiert nichts, erkennt die Kamera einfach nicht. Hi. I'm sorry I have to talk. I'm in the middle of a recording for YouTube and I am a saved doppelt board. Das geht aber jetzt nervig. Ich bin einfach mal ruhig. Your phone rings, dude. Why does a Relica have a phone? Ich habe gerade keine Zeit. Ich sitze in meinem Rallye-Auto. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger, weil das nervt ja jetzt echt. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger. Deine Gegner haben Entschuldigung bereits absolviert. Das steht doch gar nicht! Nein! Oha! Oha! Da liegt doch einer glatt im Boden, das gibt es ja gar nicht. Das scheint sein Problem mit der Collision Box zu geben. Weil, so wie es aussieht, kann man nicht aufs Dach, obwohl wir lagen doch schon mal auf dem Dach bei den Rally Stages bestimmt. Och, wie schlecht. Es ist einfach nur schlecht. Es ist richtig, richtig schlechtes Rally fahren hier gerade. Da hat er sich aufs Dach gelegt und wir schaffen trotzdem nicht. Vor allen Dingen springt er auch gerne mal vorne zurück. Hier auf der Strecke. Och, Mann! Richtig schlecht! Scheiße! Und ich verliere sogar gegen die Gammeligen hier. Das sind doch Zyklon B und Five Fan. Die gerade mit null Punkten auf der Liste standen und jetzt verliere ich gegen die! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! Der müsste auf jeden Fall ein bisschen eingestellt werden, zumindest um meinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Bremse ein bisschen nach hinten. Vielleicht das Differenzial oder die, 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 das, 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 das Fahrwerk ein bisschen weicher machen. Damit die Räder mehr Bodenkontakt haben und länger. Und dementsprechend solche Differenzialprobleme nicht mehr so stark ins Gewicht fallen dürften. Dürften! Hier kommen wir sehr schön rum. Das ist richtig geil. Das sieht auch bestimmt gut aus. Aber es ist nicht schnell. Wir waren richtig schlecht wieder mal. Das ist, ähm, naja. Es gibt dem Ganzen natürlich so einen Dämpfer. Ich habe immer gedacht, ich bin gut hinter das Rallye. Aber Pustekuchen. 20 Punkte. Simon F. hat 18 Punkte. Das, äh, bringt uns nämlich... Doch, Platz 4. 40 Punkte. Was ist los? 53, 44, 42, 40. Und dahinter erst 27. Kunglodde. Ähm, ja, kann man machen. Guck mal, da haben wir... Achso, der zieht die Mietgebühr direkt schon immer ab. Sehr gut. 2000 Credits reingewinnen. Ja. Kann man noch machen, ne? So, kann man noch machen. So, jetzt geht's nach Höljes, nach Schweden. Ähm, wie war das denn nochmal mit der Joker-Runde da? Ähm, gelangweilt auf Arbeit? Fragezeichen. Besuche den Reddit-Dirt-Game. Sag mal, Code Masters, tickt ihr nicht für richtig? Was ist das denn für eine Moral, die ihr da an den Tag legt? Was ist denn, wenn eure Mitarbeiter auf einmal, äh, nur noch im Internet, nur auf YouTube abgefahren, sich reinziehen und so weiter? Was... Was soll denn mit dem... Meint ihr, das Spiel wird nicht mehr fertig, oder wie? Wie soll das denn werden? Ich mach das jetzt einfach mal knallhart hier. Ging gerade vorne ein bisschen weicher. Ja, mach mal so. Hinten, Stoßdämpfung auch mal ein bisschen weicher. Jetzt tun wir einfach mal klug fest. Ähm, vielleicht bringt das ja was. So, raus und dann die anderen nicht länger warten lassen. Dann geht's jetzt weiter. So, jetzt bin ich mal wieder ein bisschen ruhig, glaub ich. Um die anderen nicht zu nerven. Um die anderen nicht zu nerven. Um die anderen nicht zu nerven. Alter! Was ist denn losen, ey? Das war schon wieder letzter, ich glaub es nicht. Boah, aber ich glaub, der geht ein bisschen besser jetzt. Schön zu sehen, wenn Leute laggen, werden die automatisch unsichtbar und durchfahrbar. Und das stelle ich jetzt einfach mal, was sehr, sehr gut ist. Also ne schöne, technische, ne schöne Lösung. Ah, ekelig. Jetzt haben wir hier noch ne Abkürzungsstrafe oder was am Hals. Ne, haben wir sogar gar nicht. Oh, da wird sich verkeilt. Verkeilt. Ich seh nix von lauter Staub. Ey. Du fiese Möp. Nein, okay, ist Rallycross. Hier wird ein bisschen gerangelt und graffelt. Der ist ja echt die ganze Zeit neben uns. Nein! Jetzt zieht er so vorbei. Wieso denn so schnell auf einmal? Wow! Nice done, Dude! Schade, dass man nicht sieht, wer jetzt ist. Ich mein, okay, ist bei vier Gegnern jetzt nicht so tragisch, bei dreien. Aber so ne kleine Namensanzeige über dem Auto wär doch irgendwie ganz cool. Ich fahr ja, als wär ich noch nie im Leben in einem Auto gesessen. Das ist unfassbar schlecht. Das ist unfassbar schlecht. Nur am untersteuern, diese scheiß Karre. Da, aber das geht schon besser. Der geht zumindest nach vorne im dritten Gang und zieht sich ein bisschen aus der Kurve raus. Dann hat sich dieses... Aber ich bleib auf dem Punkt stehen, ja, und Stillstand. So, nur mal eben mal, ist das Thema für die anderen. Ah! Fuck! Nein! Ich weiß technisch leider nichts über das Auto, außer die Daten, die ihr vorhin gesehen habt. Aber der dreht mal locker bis 8,5. Boah! Ja, zu Recht jetzt mal dicke Abkürzungsstrafe, Untersuchung der Rennleitung, ja. Das wird garantiert eine geben. No shit Sherlock! No shit Sherlock! Jetzt hör ich mich auch noch doppelt. Jetzt bin ich ruhig. Jetzt bin ich ruhig. Jetzt hör ich Musik. Jetzt hör ich Musik. Der hat keine Fressen. Jawohl, nicht letzter hier! Nice, Dude! Oh, sorry for talking. Good race, guys. Test, test. Was soll das? Wieso? Ich bin jetzt die ganze Zeit doppelt. Ah, Ruhe. Nur noch eine Musik. Ich hab schon gedacht, wieso fängt der jetzt mit dem Rennen die Mucke an? Ach, Petri Mufay. Raus hier. Wir sind wohl rausgeflogen, leider, weil wir zu schlecht waren. Aber das ist chaotisch. Mit der Doppelstimmung ist ja noch... Also Stimme ist ja ein bisschen seltsam jetzt noch. Weiß ich noch gar nicht, wie wir das im Multiplayer regeln sollen. Das ist echt ein bisschen komisch. Dann hören wir den Lukas über TeamSpeak wahrscheinlich. Den Dominik ja auch. Aber dann im Spiel leider auch. Wir müssen uns noch irgendwas einfallen lassen. Egal. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's mit dieser Folge Dirt Rally. Leider ziemlich viel im Menü rumgehocke. Genauso wie jetzt auch. Allerdings auch ein bisschen schöne Action mit richtiger Fail-Leistung, wie man's von mir eigentlich gewohnt ist. So, bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.